Prinz Harry wurde vor seinem 40. Geburtstag am Sonntag von einem seiner Freunde gefeiert, der verriet, wie er und seine Frau Meghan Markle wirklich sind. Prinz Harry wurde von einem seiner Freunde dafür gelobt, nett, lustig und verdammt normal zu sein, während der Herzog sich darauf vorbereitet, am Wochenende einen wichtigen Meilenstein zu erreichen. Der Herzog von Sussex wird am Sonntag 40 und die britische Journalistin Bryony Gordon, die Harry seit 2016 kennt, sprach offen darüber, wie er und Meghan Markle hinter verschlossenen Türen sind. Frau Gordon behauptete, das Paar aus Montezito, das sie kurz vor der Veröffentlichung von Harrys brisanter Autobiografie Spare zu Hause besuchte, sei ein ziemlich gewöhnliches Paar, das in einer absolut außergewöhnlichen Situation lebt. Sie schrieb für die Mail, ich verbrachte einen Nachmittag im Haus, die Kinder liefen fröhlich herum, während wir Tee tranken. Harry zeigte mir stolz die selbstgemachte Fotowand, die er vor kurzem mit Bildern seiner Mutter erstellt hatte. Als ich ging, von dem glücklichen Paar mit einem Glas ihrer selbstgemachten Marmelade weggeschickt, das sich dann in einem Jetlag-Rausch auf dem Rücksitz eines Taxis zurückließ. Irgendwo in Los Angeles hat ein Taxifahrer eine der frühesten Chargen der Produkte von American Riviera Orchard, wurde ich daran erinnert, dass sie ein ziemlich gewöhnliches Paar sind, das in einer absolut außergewöhnlichen Situation lebt. Prinzessin Anna heute in Southampton fotografiert Die Prinzessin Reuel wurde heute bei der Besichtigung von Sansika Yards auf der Southampton-Botshow in Southampton fotografiert. Königliche Familie nutzt Beatrices und Eugenies Popularität für mehr öffentliche Veranstaltungen. Prinzessinnen Beatrice und Eugenie haben sich diese Woche zusammengetan, um eine Gartenparty in London für eine Sache zu besuchen, die ihnen am Herzen liegt. Die York-Schwestern erschienen gemeinsam bei der Gartenparty des Haven House Hospice. Dort lobten sie das unglaubliche Engagement der Mitarbeiter der Wohltätigkeitsorganisation. Quellen aus dem Umfeld der Familie York erklärten Express jedoch, dass dies kein einmaliger Auftritt der Prinzessinnen sein wird. In den kommenden Monaten und Jahren würden sie noch mehr öffentliche Verpflichtungen übernehmen.